Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu einem neuen CSGO-Podcast. Heute geht es um die Frage, wie werde ich besser in CSGO, Teil 1. Ich möchte die Sache aufteilen, denn ich finde die Frage, warum werde ich nicht besser, genauso wichtig wie die Frage, wie werde ich besser, weil viele glauben, sie machen das, was sie machen, um besser zu werden. Dabei hilft das gar nicht in dem Maße, wie sie vielleicht glauben. Darum dieser erste Teil des Podcasts. Vor dem Start noch geschwind angemerkt, dass jetzt gleich Livestream ist ab 18 Uhr. Hier könnt ihr mit am Start sein. Die Streamzeiten sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Hier sollten wir mit der folgenden Überlegung beginnen, was bedeutet für mich überhaupt besser zu sein. Also sind das einfach nur gewonnene Runden mehr, beziehungsweise Wins an sich in meiner Übersicht, dass ich mehr Wins habe wie noch vor einem Jahr, oder geht es uns da wirklich um spezielle, individuelle Kenntnisse, wie eben, dass ich richtig aime im passenden Moment, beziehungsweise dass ich in meinen Kämpfen, die ja meistens 1-on-1s oder 1-on-2s sind, und dass ich da richtig reagiere, also dass ich mich gut positioniere, im richtigen Moment weglaufe, beziehungsweise mich in Deckung begebe und so weiter und so fort. Oder ist es was komplett Abwegiges, wie, ja, ich möchte besser im Deathmatch werden, oder ich möchte Arms Race immer als Erster abschließen oder sowas. Also das ist natürlich ganz wichtig zu fragen, was das überhaupt für einen bedeutet, besser zu sein. Ich denke, für die meisten bedeutet das die individuelle Leistung plus gewonnene Runden im Matchmaking, sowie auch möglicherweise etwas der Rang. Also man kann sich nach wie vor nicht loseisen, oder die meisten können sich davon nach wie vor nicht loseisen. Es wird drauf geschaut, es wird verglichen und so weiter und so fort. Ja, das fließt da sicherlich auch nochmal etwas mit rein. In erster Linie heißt das ja, wenn man etwas viel und oft macht, also in dem Fall viel und oft Counter-Strike spielt, dann wird man davon alleine besser, da man eben mehr Übung hat. Das macht so auch Sinn natürlich. Man ist sicherlich mit einigen hundert Stunden besser wie jemand, der noch nie Counter-Strike gespielt hat, beziehungsweise vielleicht sogar noch nie einen Shooter gespielt hat, der da überhaupt gar nicht blicken wird, wie die Maus und Tastatur, wie das zusammen funktioniert, wie man das alles macht und so weiter und so fort. Das ist klar. Wenn man dann weiter nach oben geht, ist die Zeit, die man investiert, auch wichtig. Denn ohne Training, ohne Übung kann man nicht besser werden. Aber die Qualität der Übung ist irgendwann viel, viel wichtiger, wie die Zeit, die man reinsteckt. Also man kann auf jeden Fall Zeit vergeuden, indem man schwachsinniges Zeug übt, beziehungsweise falsch übt. Da Counter-Strike aus verschiedenen Sachen besteht, die zusammengeführt werden müssen oder sollten, muss man eben auch verschiedene Dinge üben und trainieren. Und ein paar Dinge kann man leider nicht alleine trainieren, beziehungsweise nicht mit irgendeinem Kack-Random-Team. Und da wird es dann auch sehr schwierig, im Solo-Queue ein passendes Team zu finden, mit denen man dann dementsprechend diese speziellen Teile trainieren kann. Also wie zum Beispiel diese gesamte Team-Dynamik, die ja ein riesiger, wichtiger Punkt ist in CSGO. Ohne Team-Dynamik, ohne Absprachen und ohne dieses Vertrauen aufeinander, ist der gesamte andere Skill, den man hat, stark gedämpft. Hier dafür direkt ein kurzes Beispiel. Wir gehen davon aus, du bist sehr gut, also bist ein guter Aimer, bist sehr gut im Movement, kennst gute Plätze auf den Maps, um dich passend zu positionieren und so weiter und so fort. Mit deinem Main-Team bist du die absolute Maschine, weil dein Team auf dich abgestimmt ist, du auf dein Team abgestimmt bist und du dementsprechend so spielen kannst, wie du es eben auch gelernt hast, also in die Situation rein kannst und genau weißt, dass von woanders höchstwahrscheinlich erstmal keiner kommt, weil dein Mate da steht, dein Team dich deckt und auch callt, wenn sie tot sind oder halt verschieben, wie auch immer abgesmoked sind. Wenn du jetzt eine Map, auf der du sonst ganz gut spielst mit deinem Team, mit einem Random-Team spielst, kann die ganze Sache ganz anders ablaufen. Auf Inferno spielst du aktuell den B-Spot als City und du hast auch überall recht cool Mate dabei und die anderen drei stehen eben auf A. Einer long, einer short und einer oben im Apartment oder so. Jetzt hörst du Steps von Banane kommen und weißt genau, alles klar, jetzt bricht dir gleich die Hölle los, du schmeißt schon mal einen Molly, du schmeißt einen Nate und hörst auch schon, dass jemand angefackelt wird und denkst, geil, der ist schon ein bisschen low und jetzt schau ich mal, was ich aus der Situation so rausholen kann und stellst dich dementsprechend passend hin. Du stehst aber nicht bei Coffins, sondern du stehst ein Stück weiter vorne bei den Barrels oder eben bei der Treppe, diese zwei, drei Stufen, die auf den Spot hochgehen. Da stehst du und aimst Richtung obere Banane. Und kurz bevor du dein Ace anfangen kannst beziehungsweise kurz bevor du eine weitere Trainingsstunde genau auf dieser Stelle der Map hast, macht's Flupp und ein Gegner erschießt dich von City und du fragst dich dann, was los ist. Was ist passiert? Alle Cities leben noch. Wie konnte der überhaupt einfach auf Long durch? Und dann guckst du auf die Map und siehst, dass die Kollegen, dass zwei im Pitocken und einer im Apartment und der Tee ist halt einfach durchgelaufen. Mit deinem normalen Team wäre das nicht passiert. Bei Randoms weiß man nie so genau, was kommt. Und dann fängt man an, und das ist halt richtig schlecht, dann fängt man an, mehr nach den Mitgliedern zu schauen, mit denen man spielt, also nach den Randoms zu schauen, als auf sich selbst. Und somit ist dein Skill dann einfach weg, beziehungsweise sehr gemindert. Man schaut ständig auf die Karte und guckt, ob man nicht in den Arsch geschossen bekommen könnte. Man versucht vielleicht auch zu delegieren und sagt, hey Jungs, warum sind wir jetzt gerade zu fünft, auch B und A ist offen und so weiter und so fort. Und schon hat man das Problem, dass man selbst nicht mehr viel aus dem Spiel mitnehmen kann. Also an Training, an Intentionen und so weiter, an guten wie auch schlechten Sachen, an Sachen, wo man sieht, oh, das sollte ich nicht mehr machen. Also man ist mit dem Fokus zu stark auf dem Random Team und dadurch verliert das Spiel sehr einen Lerneffekt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass leider sehr, sehr viele Leute im Solo Queue oder mit einem Mate, mit einem spielen müssen, weil sie halt einfach nicht so viele Leute am Start haben, beziehungsweise weil sie nicht genug haben, die ständig, oder dann, wenn sie Zeit haben, auch Zeit haben, wenn man das im Hinterkopf behält, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, gerade diese ganz speziellen teammäßigen Sachen zu lernen, also wie eben Teamdynamik, das Zusammenspiel mit anderen Leuten, die Absprachen und so weiter und so fort. Und eben auch die restlichen Skills, da das Lernen dann sehr eingeschränkt funktionieren kann. Mini-Disclaimer. Um mögliche Mitspieler oder sogar Teammitglieder für euch zu finden, könnt ihr gerne in die Steam-Gruppe die Dumbabler kommen und da mal nachfragen, wie es so aussieht, beziehungsweise in aktuelle Anfragen mal reinschauen und gucken, ob ihr vielleicht zu demjenigen passt. Ja, schon habt ihr Mitspieler gefunden. Und da sollte man direkt ansetzen und sich Folgendes merken. Wenn man den individuellen Skill verbessern möchte, sollte man ihn aufbrechen in verschiedene Teile, fürs Erste zumindest, also zum Beispiel Aiming, Movement und so weiter und so fort, wie man Granaten schmeißt, pipapo. Und diese Sachen dann fürs Erste einzeln lernen. Am besten in einer Umgebung, bei der genau darauf gefokust wird. Es gibt keine Ablenkung, wie zum Beispiel, oh, ich bin tot, weil mein Team nicht da stand, wo es hätte stehen sollen, oder weil keiner called oder sonst was, sondern es muss eine Umgebung sein, in der ihr sonst keine Ablenkung habt. Also wie zum Beispiel Aim-Trainingsmaps. Die sind dafür sehr gut geeignet. Nicht nur, um sich aufzuwerben, sondern auch wirklich, um ein gewisses Aiming dann mal auf dem Kasten zu haben, wenn man es halt überhaupt nicht drauf hat. Die Frage kann man also recht einfach beantworten, warum man nicht besser wird. Und zwar liegt es meistens daran, dass man nicht das, was man trainieren möchte, auch wirklich trainiert, sondern man glaubt, ich spiele jetzt einfach, also viele spielen ja auch sogar abends Race oder Deathmatch und sagen, hey, irgendwie werde ich im Matchmaking dadurch nicht besser. Das Matchmaking oder das normale Counter-Strike besteht eben aus einem 5-gegen-5-Spiel von zwei Teams und da gehört leider diese ganze Team-Geschichte dazu. Somit muss man die auch so oder so lernen. Und die lernt man eben nur, wenn man ein Team am Start hat, beziehungsweise Glück hat bei den Randoms und dann ab und an mal richtig schnieke Leute am Start hat. Aber auch für diese gesamte Team-Geschichte gibt es Möglichkeiten, diese viel fokussierter, viel besser zu erlernen. Indem man zum Beispiel Portale wie eSportal und Co. nutzt, auf denen sich eben hauptsächlich Leute tummeln, die auch besser werden wollen, beziehungsweise die Counter-Strike spielen wollen. Also das richtige Counter-Strike, die nicht irgendwie viele Fans, also ich meine, gut, solche Leute gibt es immer auch auf eSportal, aber so alles in allem gibt es eben auf solchen externen Seiten weniger Leute, die halt irgendeinen Scheiß machen, sondern eher Leute, die sich sagen, komm, wir versuchen jetzt hier als temporäres Team was zu erreichen. Die Chance, solche Leute zu finden, ist dort auf jeden Fall höher als im Matchmaking. Aber ja, sie liegt auch nicht auf 100%, das ist mir schon klar. Somit haben wir auf die Frage, warum werde ich in CSGO nicht besser, obwohl ich die ganze Zeit spiele, die Hauptantwort schon mal am Start, weil man eben nicht richtig übt, weil man Falsches lernt. Oder eben einfach ausgedrückt, weil man nicht unter den richtigen Umständen übt und trainiert. Das eine Beispiel von gerade eben war der überfürsorgliche Spieler, der eben ständig auf alles dann achtet und so weiter und dadurch sich selbst und sein eigenes Vorankommen aus den Augen verliert. Ein anderes Beispiel, und ich glaube, dieses Beispiel trifft man sogar fast öfter an, ist der Spieler, der darauf scheißt, wie das Team spielt, wie das Team abschneidet und eben nur auf sich selbst achtet. Im ersten Moment könnte man meinen, dass das möglicherweise auch der richtige Weg ist, da man selbst dann besser wird, mehr lernt, auf sich selbst Acht zu geben, viel aufmerksamer durch die Map schreitet und auch aimstärker sein muss, um eben diese Duelle, die man alleine dann eingeht, ohne das Team auch zu bestehen. Im zweiten Moment beziehungsweise beim erneuten Hinsehen sieht man aber, dass das eher Schwachsinn ist. Solche Leute sind entweder die, die in Situationen hineinlaufen, in denen sie nicht gewinnen können und auch nicht gewinnen. Sie holen vielleicht noch einen Kill und sterben dann, verraten möglicherweise wichtige Spielzüge und so weiter oder es sind die Spieler, die jede Runde ein, zwei Kills holen, weil sie das Team halt einfach verkaufen. Sowas kennt, denke ich, jeder zuhauf. Du hast irgendeinen Sack, der nicht callt, der ist nie da, wo er sein soll. Der rennt immer irgendwo hin. Bei einem Rush ist er ganz hinten oder auf einem ganz anderen Spawn und dann steht er da und wartet. Er wartet und wartet und dann wird eben nochmal geschwind ein Gegner aus der Runde geholt, vielleicht sogar zwei. Beide drehen ihm natürlich den Rücken zu beziehungsweise sind keine wirklichen Kills, keine schweren Kills. Und dadurch wird man logischerweise auch nicht besser. Also das Aiming sowieso nicht, da kann man auch gegen Bots spielen, die mit dem Rücken zu einem laufen. Und alles andere, also jetzt wie Movement und so weiter, das mag sein, dass man da vielleicht dann gewisse Sachen lernt, also eben diese Schleicherei, dass man ungesehen an Positionen kommt, bei denen der Gegner einen nicht erwartet. Man hat überall, auch bei den anderen Spielweisen, minimale Lerneffekte. Das ist schon klar. Also solange man spielt, ist es besser, als wenn man gar nicht spielt. Aber einen richtigen Lerneffekt, der dann auch wirklich ein Grundbaustein werden kann, um besser zu werden, sowas zieht man da eher nicht raus. Und solche Leute fragen sich aber dann trotzdem, warum werde ich eigentlich nicht besser? Und meistens fragen sie sich auch noch, warum regen sich die Mates so auf, ich kriege doch jede Runde zwei Kills? Und sie sehen gar nicht, dass sie das gesamte Team für zwei Kills verkaufen. Und vor allem verkaufen sie den Rundensieg. Und darum geht es ja in Counter-Strike. Es geht nicht darum, dass man Kills sammelt, es geht nicht darum, dass man als Letzter überlebt und so weiter und so fort, sondern es geht einzig und alleine darum, dass man die Runden mit dem Team zusammen gewinnt und somit auch das gesamte Spiel dann gewinnt. Darauf kommt es an. Und wenn man dann wiederum bedenkt, dass zum Beispiel das Bombelegen und Bombe Diffusen ein Punkt sein kann oder ein Punkt ist, vor allem das Diffusen, dass die Runde sofort beendet, dann sollte auch wirklich in den dicksten Dickschädel die Information hineingelangen, dass Kills nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel die Bombe zu diffusen beziehungsweise die Bombe zu legen. Dass man sich sogar fast opfern kann als Tee und so weiter, aber das ist wiederum, das ist Spielwissen. Das ist alles Spielwissen, das man auch lernen muss natürlich. Aber ich glaube, das wird dann eher in den zweiten Teil kommen. Also Situation einschätzen, wann habe ich was zu machen, wann ist welche Aktion für den Teamsieg wichtig. Das muss immer im Kopf sein. Und das kommt aber in den zweiten Teil. Dann gibt es Dinge, die auch fernab vom Gameplay noch dafür sorgen können, dass man nicht besser wird oder nur langsam besser wird. Und zwar sind das Sachen, wie eben die Maus-Sensitivität ständig zu verändern, die Grafikeinstellung ständig zu verändern, also 16 zu 9, 4 zu 3 und eben an der Konfig an sich die ganze Zeit rumzuschrauben. Also wenn jemand ständig etwas verändert, dann kann er nicht besser werden beziehungsweise dann kann er nicht das volle Potenzial herausholen, das man hätte mit einer gleichbleibenden Einstellung. Denn wir Menschen sind nun mal Gewohnheitstiere und wir können uns am besten mit etwas eben einspielen oder einfinden mit Dingen, die sich nicht verändern. Wenn ich jeden Tag meine Sensitivität ändern würde, dann würde ich schlechter werden. Also ich würde auf jeden Fall schlechter werden und ich denke, das zählt für die meisten. Das macht keinen Sinn, ständig die Sachen zu verändern. Man sollte sich einmal auf etwas einigen, also sich selbst, auf eine gewisse Tastenbelegung. Manche legen die Tasten um und dann, ah shit, das ist ja noch meine alte Belegung, ich wollte auch die Granate und nicht den Selbstmord und so weiter und so fort. Also es ist ganz wichtig, dass ihr ein festes Setup habt. Auch wie das Mauspad liegt und so weiter. Guckt, dass es feste liegt, guckt, dass ihr möglicherweise, wenn ihr Probleme mit dem Kabel habt, ein Maus-Bungie habt und so weiter und so fort. Denn das sind alles Dinge, die die Situation ständig verändern, sodass ihr euch auf keine Situation einschießen oder einspielen könnt, weil sie immer wieder anders ist. Also alleine schon, was ein hängendes Mauskabel verursachen kann, bevor ich ein Maus-Bungie hatte, hatte ich das Problem, dass mein Mauskabel hinterm Tisch immer mal wieder so leicht eingeklemmt war. Also nicht so, dass es gar nicht ging, aber ich musste mehr Druck auf die Maus ausüben als sonst. Und sowas ist Gift fürs Lernen, weil das natürlich auch um, es geht um die motorischen Fähigkeiten bei solchen Spielen, wie du den Arm und die Hand und die Finger bewegst, wie dein Hirn damit vernetzt ist, Muskelgedächtnis und so weiter und so fort. Und das alles könnt ihr nur dann erlernen, wenn eure Einstellungen auch gleich sind. Und auch die Mausgeschwindigkeit ist eine Sache, die natürlich da reinfließt. Wenn ihr ein paar Wochen mit einer ultrahohen Maus-Sense spielt und eure Maus praktisch gar nicht bewegen müsst, um zu aimen, und ihr dann umsteigt auf eine extrem langsame Mausgeschwindigkeit und ihr den gesamten Arm bewegen müsst, dann müsst ihr von Grund auf neu lernen, wie man aimt. Weil das eine ganz andere Sache ist. Also darum hier auch nochmal an der Stelle, passt auf, dass ihr nicht ständig irgendwas verändert. Damit stellt ihr euch nur selbst das Bein. Das ist vielleicht verlockend, ich weiß, dass viele von euch Profispiele schauen und dann sehen sie, uh, das Fadenkreuz. Selbst das Fadenkreuz solltet ihr nicht verändern. Das ist zwar nur marginal, aber trotzdem, wenn ihr auf ein Fadenkreuz eingespielt seid und auf einmal ein anderes habt, dann müsst ihr euch darauf auch erst anlernen. Und das ist halt eine Sache, die euch zurückwirft im Skill. Auch wenn das nur minimal ist, das ist ja irrelevant. Es wirft euch zurück. Beständigkeit ist beim Lernen das A und O. Guckt euch gerne Profi-Gameplays an, auf jeden Fall. Es geht jetzt nicht ums Gameplay, es geht nur um denen ihre Sachen. Also manche finden dann heraus, dass Scream mit einer Maus-Sense von so und so spielt und dieses und jenes Fadenkreuz hat und da sind sie so heiß drauf und denken sich, wenn ich das auch so einstelle, dann werde ich genauso gut. Oder wenn ich das einstelle, das muss einen Vorteil haben, weil der hat das ja. Das ist alles Fählefanz. Der hat sich auf irgendwas eingestellt und gut ist. Natürlich gibt es gute und schlechte Fadenkreuze. Also als Beispiel wäre ein Fadenkreuz, das über den gesamten Bildschirm reicht, von oben nach unten und links nach rechts, nicht so gut, weil das sehr viel verdeckt. Und ein Fadenkreuz, das man überhaupt nicht sehen kann, ist vielleicht auch nicht so von Vorteil. Also logischerweise müsst ihr für euch ein gutes herausfinden. Man kann sich da schon an denen von den Profis orientieren oder von denen eins nehmen. Aber dann solltet ihr dabei bleiben und nicht alle zwei Wochen ein anderes machen. So, das war es soweit zum Punkt. Warum werde ich nicht besser in CSGO, obwohl ich die ganze Zeit spiele? Das sind einige Dinge, einige Denkanstöße, die möglicherweise bei dem einen oder anderen dazu führen, dass sie in Zukunft anders spielen, anders trainieren oder sich anders verhalten. Und im zweiten Teil werde ich dann die Sachen im expliziten Fall ansprechen, die einem helfen können, besser zu werden. Somit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Heute Abend ist Livestream um 18 Uhr. Hasselt rein. Wir spielen Counterstrecken und dann noch irgendwas anderes. Mal gucken. Wird eine coole Sache. Bis dann. Bis dann. Bis da.